Und da bin ich wieder. Frisch gestärkt und mit ganzer Kamera. Ja, ich wollte gerade mit WASD anfangen zu laufen. Lass mich schauen. Lade-Docs, wie komme ich da hin? Kann ich? Ach, ich kann jetzt auch dorthin gehen. Gut. Hier, Sein mit Interhaben. Und hier einen speziellen Hebel. Doch, das ist nicht hier. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Zahnrad. Netter Verbrecher. Netter Verbrecher. Und dann noch ein Paliettuch oben. Leute, bitte, das ist total ungehörig. Es geht noch weiter. Das darf ich nie wieder übersehen. Nein, das darf ich nicht. Doch, doch. Doch, doch. Okay. 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 Ich weiß nicht, wer uns schnappt und alle diese Gefahr haben. Ich sehe dich auf der Brücke. Okay. Wir schnappen uns noch eine Herzdame und den Herzkönig. Lass mal schauen. Können wir die vielleicht kombinieren? Nein. 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 Da stehen ja so viele Schrauben gesichert. Ja, aber wir haben doch... Hm, ein Hebel. Einen speziellen Hebel habe ich doch schon gebraucht. Da. Was für eine Tragödie. Sie war so schön. Da kommt der Griff fehlt. Ist das der Griff? Nein. Wir wissen, wo er hingehört, oder? Ach, das. Das war strange. Wer schnappt da? Du weißt, komm zu denken. Strange ist hier ziemlich die allgemeine Worte geworden. Was mit allem, was da passiert ist. Er labert einen Stuss. Er ist es nämlich. Das ist er. Genau. Er ist Bauchredner. Oh, wir schauen. Ist das schön? Ist das einfach so? Eine Sprungfeder. Und diese Sprungfeder... Wir müssen über die Brücke gehen. Aber für ein paar Grund, der Handel und der Schraubungsmechanismen, ist missbar. Da ist er. Aber ich weiß, wo er ist. Oder sollen wir versuchen das damit? Nein. Nein, aber wir können hier... das hier machen. Jetzt... Was bewegt die roten Stellen mit Hilfe des Staubs ganz nach oben? Ich... ach so. Ich kapier's überhaupt nicht. Ja, was ist es... Was macht... Non. Ich höre... Es geht, ja. Wir müssen die roten Stellen, Es geht zu. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Ach, ist das so hakelig. Ein Schlüssel. Das ist nicht... Das ist der Schlüssel. Ah, ja. Ein Drehart. Zündkerze. Äh... Noch etwas? Können wir... Nein. Aha, was war's? Aha. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können... Mit dem rede ich nicht, der ist so doof. Entschuldigung, aber das ist so. Oh, war das hier was mit Drehart? Nein. Hätte ja... Ach, hätte doch sein können. Immerhin. Sehr schön. Wir machen den Weg frei. Geradeaus dorthin wollen wir gehen. Dafür ein Teil des Puzzles. Und es sind keine Spielkarten. Keine Zündkerzen. So, lasst uns denn gehen. Äh... Aussparung in Form eines Kompasses. Ssssssssssssss... Ssssssss... Ssssssssss... Hier können wir jetzt nichts tun. Die können wir auch nicht nehmen. Oh, da ist auch... Das heißt was? Das sind wichtige Sammelbilder, die wir irgendwann brauchen. Anmels wie Sie, die nicht leben sollen! Ich werde meinen Revenge haben! Das ist aus der Hand. Du hast so viele Monty Python geschaut. Aber hier haben wir einen Sieg. Und hier? Und hier? Da könnte ein Hadekenten gehören. Natürlich. Da gehe ich ganz fest von aus. Eine Schaufel? Nein. Nein. Lass uns weitergehen. Ja. Tatsächlich? Es war klar, dass es hier wimmelt. Okay. 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 Ähm, ja. Wie ein Draht. Okay, das ist gut. Die Kamera passt. Ist da Fisch drin? Ich muss einfach nur 15 mal draufklicken. Und schon haben wir... Die Spielkarte. Das wird das sein, was wir benutzen. Das ist kein Spielball. Das ist ein Spielball. Das ist ein Spielball. Ein Fernglas. Ihr seht die versteckte... Äh... Ähm... Ähm... Symbolik. Alles für die Ferne. Ein Cryzel. Das Windrad haben wir immer noch nicht gesehen. Ein... Eine Lupe. Ein R. Ein R. Entschuldigung. Ein Federball. Das sind Feder. Und das sind Bälle, aber kein Federball. Doch. Nein. Wo ist der Federball? Wo ist der Federball? Da ist der Federball. Und das Windrad. Das erste, was wir gesucht haben, bleibt übrig. Und lässt sich nicht finden. Außer hier. Ähm... Ein Herzbube. Ich dachte es mir. Das ist doch nichts. Was haben wir hier? Hm... Dietrich. Das ist keine Zündkerze. Liegt hier etwas? Sehr gerne. Liegt da noch etwas anderes? Nein. Das ist richtig. Ich verstehe auch. Nach dem, was passiert... Hat sie gesagt, was es war? Ich entschuldige. Ich... Ich... nicht mehr. Es ist etwas, das wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Wir kontrollieren den Tunnel. Danke. Ich werde wundern, dass Sie... ...dass ich mich wissen, wie es geht. Owen, wir müssen den Tunnel schauen. Ich werde wundern. Ich werde wundern, dass Sie dort. Ja. Okay, Logan. Ja. Da. Und da brauche ich was Herzförmiges. Und die Scheibe, das wissen wir, wo es ist. Na? Sonst noch etwas? Nein. Aber wir haben das Inventar ein wenig aufgeräumt. Wir reden mit niemandem. Nein. Wir reden nicht. Hm? Wir haben ja auch nichts Besonderes bekommen. Wollen wir eins zurückgehen? Dort ist noch eine Aufgabe. Es ist eine kleine Schmerz. Ich habe keine Ahnung, wie es zu öffnen. Owen, wir müssen etwas denken. Es gibt eine wichtige Schmerz in dieser Tunnel. Du bist richtig. Zeit ist der Grund. Es ist der Grund. Listen, Logan. Auf meinem Weg zu Jonathan's Haus, ich hörte die Musik wieder, von mir zu mir. Ich bin überraschend. Ich bin auch. Wir müssen wissen, was passiert ist. Mein Geist. Ich bin überraschend. Okay. Nein, wusste ich, habe ich gewusst, auch das war mir klar, aber hier, weiter vor, nun sag mir, niedrig habe ich keinen, na, so, was habe ich denn übersehen, ich will sonst noch etwas, nein, na super, ach, der Harlequin, na gut, lassen wir es mal gelten, wo konnte der hin, wo wollte der hin, wo, äh, da, und das ist Tür, Riegel, Griff, und der ist, ja, ah, musste ich ja, nein, da ist er, nein, nein, weiß ich doch, aber hier, ja, stimmt ja, ich wusste es, wir müssen hier gerade noch weiter aus, genau, und hier ist der, da kommt der Tür, Riegel, Griff, und dann können wir da rein, genau, ein runder Magnet, und noch eine Zunderkerze, so, das ist, jetzt ist klar, ja, 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 mit dir rede ich nicht, so, da ist der, ja, 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 die ist im Süden, nervig, nein, äh, die sind Südpol, dann ist der Nordpol, Wolf ist Norden, Giraffe ist Süden, das ist mal, die Kompassrose, die kommt aber nicht da hin, nein, nein, weiß ich ja, die Kompassrose, die kommt da rein, nein, äh, wir hatten das, wir hatten das, wo war der Kompass, wo war der Kompass, äh, der Kompass war, ja, ja, klar, weiß ich doch, da vorne, ne, und zwar nicht dort, nein, da bringt ja gar nichts, das ist klar, sondern, wir müssen dann noch weiter, weiter, ne, weil ich hier, äh, da war, gar, ja, genau, da war das, ja, mhm, aber hier, das ist doch dieses Ding, das sieht aus wie, als wenn man Dietrich braucht, genau, die Kompassrose, die musste ja, ja, mhm, nein, ähm, die musste ja, ne, die war ja gar nicht da, ne, das war ja ganz woanders, ja, weiß, nee, das weiß ich ja, noch weiter zurück, ne, aber hier war die, nein, auch nicht, hä? Okay, das war da, ja, 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 Kompass, da ist alles drin, ah, das ist nämlich der Dietrich, ne, und der wiederum, der musste da hin, da konnte man mit dem Dietrich was machen, Das war schwer, die Plank polierten, die Schaufel, und dann war es das, aber hier, hier war doch was für die Schaufel, Also, ich nehme die Schaufel und finde ein Zahnrad und, äh, ein weiteres Kästchen, ein weiteres Geheimnis, wo müssen diese beiden Zündkerzen rein, das Zahnrad, du sagst mir, ich wusste es, aber, ich weiß, ist es immer falsch, aber, naja, Weil, wir müssen ja weiter zurück, genau, zum Wimmelbildspiel, ja, weil wir suchen als erstes die Ratte, die Ratte können, ah, Okay, der Esel, der Esel ist nicht vollständig, wo ist der Rest des Esels? Jetzt, wir werden es finden, doch der Käse, den habe ich gesehen, und habe ihn jetzt benutzt, dazu frischen Brokkoli, Die Mausefalle, nein, das war das Schleckbrett, die Mausefalle war unten drunter, Also, frischer Zwerg, nimmt die Schürze und das Kochbuch, da ist der Esel, das braucht ja einen Schwanz, Das ist dieses Spiel, da ist er, so, Schneebesenglöffel, das ist der Schneebesenglöffel, Nebel ist ein Mechanischer, sehr schön, ein tolles Gerät, ein Fisch, diesmal nicht in Dose, sondern wohl zum Trocknen aufgehängt, ein seltsamer Fisch ist dies, Igellöffel, was ist das? Das ist ein Honiglöffel, das haben wir gelernt im letzten Spiel, aber nicht der Standardlöffel, der gefragt ist, Und ein Igel, ein Igelzeichen, nicht, Oder, was soll ich denn? Nein, kein Igel hier, Nicht Igel und auch nicht Fisch, nur Fleisch, Hört mir nicht so genau zu, ich laber Blödsinn, Doch, verbirgt sich Löffel, Fisch und Igel vor mir? Ihr kennt das Märchen von dem Igel und dem Fisch? Und dem Wettschwimmen, wo der Hase sagt, ich bin ertrunken? Da ist ein Löffel Doch bringt mich das dem, das Ei noch immer ist es, hier, doch, kaputt Doch, igelt sich bei mir doch nichts, der Fisch und auch der Igel Ich lass mir helfen? Oder nicht? Wir Das ist der Fisch Den Igel lassen wir uns zeigen Oh, die Münze sah ich wohl, erkannte nicht den Igel Und der Igel ist es auch, eine Münze Wo hatten wir die Münze? Da, da war das Ja, wunderschön Verstärktes Glas, er sagt es extra Das habe ich vor Nehmen wir die drei Zündkerzen Und schon läuft es los Diese Schraubenschüssel nehmen wir Aber wir hatten doch irgendwo ein Schild Hier war fertig, nein Ja, Entschuldigung Ich weiß Und auch die Münze mit dem Igel bringt hier nichts Nein Wir müssen weitergehen Was war das hier? Ah, genau Was? Und jetzt? Oh, die kann dann ihre Markierende sprechen Das ist doch nur Zeit generell Ähm Wir fangen mal mit der hinteren Das ist nicht nur Zeit generell Ich merke gerade Das ist nur, das ist doch schon schwierig, ne? Die Mitte So, das ist da Und dann brauchen wir noch den da hinten, oder? So, das stört nicht Ich dachte, das stört Wie wichtig doch der Hebel war Ich sollte noch ein bisschen lassen Ach Gott Hier, das bringt natürlich auch nichts Hier, das bringt natürlich auch nichts Ganz hinten Ganz hinten Ganz hinten Das da Das ist schwerer als gedacht So Mhm Mhm Das ist ja Das ist reine Zeitschinder frei, aber egal. Okay. So, hier ist nichts mehr. An den Kreuzfall mit dem Schlüssel kann ich mich nicht erinnern. Okay. Wir lassen so ein bisschen durchhelfen. Da rein. Ach ja, doch, da ist er. Sicher. Da geht's. Das ist die Katzentafel. So. Die ist auch klar, aber ich weiß nicht mehr. Ah, ja. Das war hier. Ein bisschen was weiß ich ja noch. Schrankenschlüssel. Wo bitte ist die Schranke? Nein, diesmal nicht, oder? Das wimmelt. Deswegen. Familie. Ach, wir brauchen, äh, ja. Wahrscheinlich ein Stück Kreide. Wow, gruselig. Versteckte Stiefel. Wie lange. Schleuderschatzkarte. Danach machen wir wieder eine Pause. Korb. Korb. Ja, Korb. Die Mondescheibe. Nehmen wir die. Zirkel. Zirkel. Ja, ich weiß. Es ist die gleiche Richtung. Bon, Bon. Also nicht R. Schleuder. Äh, Kescher. Einen Gong. Hm, ja. Die Schatzkarte. Und jetzt finden noch die Dominosteine. Was davon kriegen wir denn? Habe ich was davon? Nein. Dominosteine, da sind sie. Was bekomme ich? Die Mondescheibe. Ich habe eine Vermutung. Okay. Die Vermutung war falsch. Da geht's rein. Aha. Da ist Schneider. Das sagt er nicht. Aber ich weiß, was ich will. Ich will diese Scheibe. Mundsichel. Im Gegensatz zur Mundscheibe. Und die wissen wir, wo es hinkommt. So, so. Damit haben wir das Ding endlich. Achso, die Mundscheibe. Okay. Endlich. 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 So. Endlich. Gucken wir doch mal. Äh. Nein. Was könnte da sein? Nein. Wir brauchen, dass da ist es. So. Okay. 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 Oh, hier. Oh, schuldigung. So, ach, ich wollte doch eigentlich eine Pause machen, Mann, oh. Na, das Spiel machen wir noch, da haben wir so lange drauf gewartet. Ne. Oh. Oh. Irgendwann ist es richtig gut drin. Irgendwann hilft dir das aber nichts. Okay. So, letztes. Ja, jetzt mach auch. Weißt du, dann ging das so reibungslos und... Gut, Owen. Let's not waste a second. Genau. Tschüsschen. Machen wir aber nicht, wir machen eine Kurzpause.